Hi und herzlich willkommen zu diesem Handsome Video. Mein Name ist Lukas von Bestens.de und heute möchte ich dir den Arnold Brotbackautomat Backmeister vorstellen. Ich möchte alle technischen Details im Video hier aufzeigen und dir das Produkt präsentieren. Ich hoffe, ich kann dich ausführlich beraten und dir bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Hey, bevor das eigentliche Video anfängt, möchte ich dich auf etwas Kleines aufmerksam machen. Wir haben uns zu diesem Produkt verschiedene Anbieter angesehen und haben einen Preisvergleich durchgeführt. Das heißt, du hast unten in der Videobeschreibung den aktuell besten Preis zu diesem Produkt. Dort kannst du gerne mal draufdrücken und dir den Preis mal genauer ansehen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß jetzt bei dem Video. Lass uns ein Kommentar da, lass uns ein Like da oder auch ein Abo. Darüber würde ich mich freuen und jetzt viel Spaß. Der Name Backmeister Edel ist beim Arnold Brotbackautomaten tatsächlich Programm. Das Design finden wir an dieser Stelle sehr schick. Edelstahl kommt nicht nur beim Basisgerät, sondern fast überall zum Einsatz, auch bei Deckelgriff und Schaltern. Zudem erscheint uns die Verarbeitung sehr hochwertig. Das macht sich besonders bei der Backform bemerkbar. Die ist mit dem Keramikgemisch Fusen Soul Gel des Unternehmens Whiteford beschichtet. Die Antihaftversiegelung ist kratzfest und lässt sich sehr leicht reinigen. Hier stehen 16 verschiedene Programme zur Verfügung. Als Brotsorten stehen die Basis für normales Brot, glutenfreies Brot und Vollkornbrot zur Verfügung. Außerdem gibt es für normales und Vollkornbrot die Geschwindigkeiten schnell und superschnell. Des Weiteren gibt es verschiedene Teigprogramme, etwa für Nudelteig und ein Programm zum Zubereiten von Konfitüre. Eine Besonderheit bei diesem Brotbackautomaten ist, dass du zwei Programme individuell gestalten kannst. Dabei legst du die Dauer der einzelnen Arbeitsschritte fest. Hast du irgendwann dein Lieblingsbrot gefunden, aber es wird beim Backen mit dem Standardprogramm zu wenig fest oder wenig durch, dann kannst du die Backzeit oder das Garen verlängern. Deine Einstellungen werden gespeichert, sodass du dein bewährtes Programm immer wieder verwenden kannst. Der Brotbackautomat lässt dich zwei Brotgrößen auswählen, einmal 750 Gramm oder 1000 Gramm Brotgewicht. Außerdem kannst du dich zwischen drei Bräunungsstufen entscheiden. Der Brotbackautomat punktet vor allem mit seinem Sichtfenster. Dadurch kannst du das Brot beim Kneten, Gären und Backen schön beobachten. Auch wenn das Fenster gerne beschlägt, leider fehlt eine Innenraumbeleuchtung. Ein Feature, das du ebenfalls vermissen könntest, ist ein Rosinenfach. Zutaten, die du erst später hinzufügen möchtest, musst du also manuell hinzufügen. Den geeigneten Zeitpunkt meldet dir der Backautomat mit einem Piepsen. Im Lieferunterfahren enthalten sind ein Messbecher, ein Messlöffel und ein Haken-Spieß. Der Brotbackautomat überzeugt besonders durch die gute Qualität und Verarbeitung. Auch das Design und die Leichtbedienung finden wir an dieser Stelle top. Die Programme sind zwar nicht für viele unterschiedliche Brotsorten gemacht, doch die wichtigsten Funktionen sind beim Backmeister-Edel abgedeckt. Leider finden wir das Backergebnis im Vergleich zu anderen Maschinen nicht so schön. Dafür punktet der Backmeister mit einem verhältnismäßig günstigen Preis. Sollte dir das Produkt an dieser Stelle gefallen haben, dann schau doch mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich den aktuell besten Preis für dich verlinkt. Hast du weitere Fragen zu diesem Produkt, dann stell sie gerne doch in den Kommentarbereich. Ansonsten bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und würde mich über ein Abo-Like oder auch Kommentar freuen und wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Lukas von Bestseh.